Immer wenige Leute haben einen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Was bedeutet das für eine LID? Das wird für die Landwirtschaft zunehmend eine Herausforderung werden. Zwischen der urbanen Bevölkerung, der ländlichen, landwirtschaftlichen Bevölkerung, dass die Kontakte immer weniger werden. Das ist eine riesen Herausforderung für die Landwirtschaft insgesamt. Da hat der LID natürlich eine absolut zentrale Rolle, die Brücke zu schlagen. Und das Wissen, die Informationen zu vermitteln.